Ich werde dich so vorlabern, was Beauty, Technisch. Alles gut, ich verwunschte. Ich höre dir gern zu. Ja? Dankeschön. Ich habe selten echt im Moment, wo ich das Gefühl habe, ein Mann hört mir zu und der hört mir auch gern zu und nicht gezwungenermaßen, nur weil er mich ins Bett kriegen will oder so, weißt du was ich meine? Nee, wirklich. Ich krieg das so, dass er uns will, ne?